Ich bin Musik. Ich spiele seit immer Keyboard. Seitdem ich sieben bin, habe ich Klavierunterricht, wirklich fix. Seitdem ich zwölf bin, spiele ich in Band und habe immer schon Musik komponiert selber und mitgemischt und habe dann in der Unterstufenband gespielt, in der Mittelstufenband, in der Oberstufenband und dann schaukelte sich das, dann habe ich mich einfach weiter und weiter gehangelt. Ich habe mir irgendwann in der Schulzeit, das war wahrscheinlich das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ich habe gemerkt, ich kann einfach gut Klavier spielen und das taugt mir so, dass ich gesagt habe, ich will mit Musik Geld verdienen, egal in welcher Sparte, ob es unterrichten ist, ob es Musik produzieren, ob es in Bands ist. Ich will versuchen, das möglich zu machen. Ich bin dran geblieben, habe zwei Seitenjobs irgendwie genommen und habe es gehasst und habe gesagt, nee, es muss mit Musik sein. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann freue ich mich einfach auf eine Unterhaltung mit dem Publikum, weil ich gebe dem Publikum was und die antworten dann mit Applaus zurück. In fünf Jahren sehe ich mich hoffentlich hier immer noch sitzen und es ist natürlich noch weiter ausgeschmückt, das Wohnzimmer noch weiter ausgeschmückt draußen. Jam Ramp wird es geben auch noch und auch noch eine Gospel Band werde ich auch noch haben zusätzlich. Und ich werde wahrscheinlich auch so mehr Filmmusik vielleicht machen.